hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zur 81 folge ein passagier ist mitgefahren in der ganzen schoße und jetzt steigen hier ein paar mehr ein nehme ich an und zwar genau 32 wir haben ein neues fahrzeug und zwar ein flugzeug die douglas dc4 lassen wir den mal dahin fahren ich glaube der macht einen ziemlich guten weg hier wir wollten dahin mal der ist auch gerade hier mit wie viel fährten der ja wieder los mit 57 ist so schon ein bisschen mehr und dann warten wir immer noch 58 aber da schon eine strecke zu 33 9 war man den rang geschlossen hier an das gleis so das war eine andere zug der hier 10 hier kommt 10 alles klar unsere strecke die wir hier gebaut haben die hat der zwei züge ganz kurz 23 wir warten aber schon wieder zwei bis gut die strecke ist nämlich jetzt auch ein bisschen mehr befahren das war der plan und hier das ist ein zug depot das ist auch ein depot wo es in jeder bahnhof wir warten 13 und der zug ist hier davon achte mit das läuft langsam an es läuft langsam an und in der heutigen folge wollen wir mal neue güterwege aufdecken und zwar so ich hatte mal kurz und zwar haben wir hier in der region so ziemlich alles mögliche und zwar hier das eisen und da die kohle zu diesen walzwerk stahlwerk schaffen und zwar können wir das auch der straße landstraße gerade oder doch nicht wir fangen wir mal hier drüben an zack und zack geht doch gerade ich sag's doch da können wir nämlich hier mal was rausziehen so und die kohle von dahinten die kohle von hier hinten ist eigentlich auch mit einem mini zug machbar oder mit einem mini zug der bahnhof kommt hier vorne ran das steht schon fest auf jeden fall hier denn da güter und hier die große lkw station drehen wir mal noch ein bisschen setzt man die hier so hin zack und ich würde auch gleich mal sagen wir tun die straße wir ein bisschen perfekter machen genauso wie diese da geht es aber nicht ganz zack so das große stück ja noch da haben wir da auch mal wieder was geschafft hier das bekommt eine linie das nachher hin bekommt eine linie und zwar kommt jetzt erstmal bahnhof ran bahnhof güter bahnhof sohn bahnhof naja machen wir mal so bahnhof 320 fünf gleise vier fünf fünf wir sagen fünf gleise zack und hier hinten kommt ein kleiner bahnhof hin im kopf bahnhof ein gleisig 80 meter 160 meter 160 meter 160 zack verbindet man noch miteinander den ganzen spaß hier hier kommt eine brücke drüber so und hier lassen wir den bahndamm dann schließen wir das hier so an oder so kann man es auch machen da haben wir das so ein bisschen überwunden genau so machen wir es so das haben wir das haben wir dann müssen wir Stahl irgendwo hin liefern weil sonst hat es ja keinen sinn mal ganz kurz hier das oder das oder ist es und ich muss mal kurz hier hin gucken das ist und und wenn der Strich durch ist es oder genau genau Stahlproduktion und mal ganz kurz hier gucken Werkzeuge und das ist hier hinten da hinten ist das da hinten ist das hier unten ist das sonst nirgends doch hier hier ist das aber hier hinten das ist näher dran ok 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 da gehe ich hier weil da müssen wir auch hin das heißt eine Linie zwei Linien drei Linien das Holz muss aus den Brettern verarbeitet werden oh 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 oder nehme ich das genau das das weizen nehmen wir dann oh das wird hier das wird ein ein großes 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 plan geschäft meine freunde ok da kommen jetzt was alles ran das kommt hierüber eine linie zwei linien drei linien vier linien 4 also vier gleise brauchen wir hier vier gleise vier gleise und mal 240 aber hier den da und güter güter hammer ausgewählt alles klar sagt wir brauchen dann noch zwei gleise oder das muss ja auch irgendwie noch zurück noch mal auch mal vier auch mal vier die bausteine wenn er dann sofort in die stadt transportiert und das können wir eigentlich auch über ja das macht man dann über den auto auto weg jetzt ist es noch verbunden super ok wir sehen uns nächste folge meine lieben freunde bis dahin tschau tschau